Hallo und herzlich willkommen meine lieben Aktienfreunde. Die Sommerpause auf YouTube ist vorbei. Hier geht es jetzt um kaufenswerte Aktien. Diesen Monat im September 2023. Ich stelle euch drei Aktien vor, die aus meiner Sicht attraktiv erscheinen, denn es handelt sich bei allen drei Aktien um A, Qualitätsaktien und B, die Bewertung lässt die Aktien, wenn nicht sogar sehr günstig, dann immerhin als nicht zu teuer erscheinen. Mein Name ist Thorsten Teth, ich bin vom Aktienfinder, jetzt muss langfristig investieren in Qualitätsaktien, um von steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Ich würde sagen, los geht's, werfen wir den Aktienfinder an. Und die Aktie Nummer eins ist Realty Income. Realty Income, ich gebe es hier mal kurz ein, wohl der bekannteste REIT auf der ganzen Welt, der größte REIT im Einzelhandel aus den USA. Und was den so attraktiv macht, ist nicht nur die monatliche Dividende, sondern man sieht es hier, auch die Mieter, die hochsolvent sind, nicht insolvent, sondern solvent, beispielsweise Dollar General, Walgreens, Dollar Tree, 7-Eleven. Als Aktionär kennt man die meisten dieser Unternehmen, weil sie sind selbst börsennotiert und selbst Qualitätsunternehmen. Lobe haben wir noch, ganz rechts unten, der Konkurrent von Home Depot, die Nummer zwei bei den Baumärkten in den USA. Tractor Supply, CVS, CVS Health kennt man auch. Es gibt auch einige wenige der größeren Mieter, das sind die Top 20, die während Corona beispielsweise Probleme hatten aufgrund des Lockdowns, LA Fitness oder EMC. Siehe das, aber in Summe hat sich auch gerade während Corona und der Lockdowns gezeigt, das sieht man hier im Qualitätscheck, dass das Geschäftsmodell durchaus widerstandsfähig ist. Hier sieht man, dass die Funds von Operations sich relativ gut geschlagen haben und nach dem Kauf von Variate Reed sieht man hier sogar noch mal zugekauftes Wachstum. Und wir haben hier dann auch in blau die Dividenden, die von Jahr zu Jahr steigen. Wir haben mit Realty Income einen Dividendenaristokraten seit 28 Jahren am Stück, die Dividende steigert mit überschaubaren um die 3% jährlich. Ja, dafür ist die Dividendenrendite sehr hoch, 5,7% der Zeit. Und diese Dividendenrendite, die ist historisch gesehen ebenfalls sehr attraktiv. Hier haben wir die 5,7% und ihr seht, dass wir hier ein Auf und Ab bei der Dividende haben. Wenn wir unten mal schauen, was es an Tiefpunkt gab an Dividenden, dann waren es um die 3,3% und jetzt sind es eben 5,6% und sind wir gerade in der Hochphase. Und wenn wir dann noch diese 3, 4% Dividendenerhöhung haben, kämen wir theoretisch, wenn die Aktie heute gekauft würde, auf eine Dividendenrendite von, persönliche Dividendenrendite von 6% Anfang 2025. An dieser Stelle noch ein Hinweis, keine Kauf- und auch keine Verkaufsempfehlung. Alles meine persönliche Meinung und macht euch eure eigenen Gedanken um euer eigenes Geld. Das hier kann aber durchaus für Inspiration dienen. Und wenn wir dann weiter nochmal in den Qualitätscheck gehen, dann sehen wir hier die Funds von Operations, die sich sehr solide entwickeln. Wir machen auch nochmal die Adjusted Funds von Operations, die um Abschreibungen unter anderem ergänzt sind, beziehungsweise bereinigt sind. Und da sieht das Ganze nochmal ein bisschen besser aus. Wichtig an der Stelle dann auch die Bewertung oder vielleicht nochmal ganz kurz, warum der Aktienkurs gelitten hat. Da gehen wir dann auch schon in die Bewertung rein. Man sieht hier den Aktienkurs und die Aktie notiert momentan da mit 53, knapp 54 US-Dollar, wo sie beispielsweise auch schon mal kurzfristig jedenfalls im Jahr 2013 bewertet war. Vor zehn Jahren, hätte man damals die Aktie gekauft, hätte man eine Rendite erzielt, ein jährlicher von 3,7% trotz der Seitwärtsbewegung, dank der Dividenden. Man hätte hier ausschließlich quasi die Rendite durch Dividenden gehabt. Jetzt sind wir wieder an einem Tiefpunkt angelangt, aufgrund von konjunkturellen Sorgen. Zum einen Einzelhandels-Reads, das heißt, wenn die Rezession, ja, wenn wir eine Rezession hätten, dann würde dann entsprechend weniger eingekauft werden, dann würden die Mieter Probleme kriegen. Und wenn die Mieter längerfristig Probleme kriegen, dann würde auch Realty-Income Probleme bekommen. Die Leerstandsquote übrigens wird ja auch angezeigt auf der Webseite. Da sieht man, wie niedrig die ist. Das hier ist die, die liest im Umkehrschluss, die liegt gerade bei 1% Leerstandsquote, Belegungsquote liegt bei 99%, das ist auch weit über dem Durchschnitt anderer Einzelhandels-Reads in den USA. Das bedeutet auch nochmal auf die Qualität dieses Unternehmens hin. Außer den konjunkturellen Sorgen machen natürlich auch die steigenden Zinsen im Aktienkurs zu schaffen. Zum einen, weil allgemein Aktien ja eine Konkurrenz bekommen durch verzinsliche Produkte, wenn die Zinsen hoch sind. Und zum anderen, weil der Read sich ja auch Schulden finanziert. Vor allem beim Expandieren werden Schulden gemacht, weil der Realty-Income muss ja als Read 90% vom Net-Income als Dividende ausschütten. Da bleibt dann nicht so viel für Gewinnrücklagen, sodass, wenn dann was gekauft werden soll, wenn expandiert werden soll, neue Einzelhandelszentren zum Beispiel gebaut werden soll. Da muss das eben entweder über Schulden getätigt bzw. finanziert werden und oder über die Ausgabe neuer Aktien, was man hier unten sehen kann. Und das kostet natürlich Geld, wenn es schuldenfinanziert gemacht werden soll. Das sieht man dann auch anhand des Zinsaufwands. Allerdings erstrecken sich die Schulden über viele Jahre hinweg, die dann einzeln abgelöst werden, sodass das ein langsamer Prozess ist, dass der Zinsaufwand dann hochgeht. Und bisher war es immer so, dass nach steigenden Zinsen die Zinsen auch wieder irgendwann gefallen sind. Insofern beunruhigt mich das jetzt nicht über die Maßen hinaus. Ist aber eine Erklärung, warum der Aktienkurs momentan relativ günstig erscheint hier. Wenn wir die Aktie bewerten hier, nehmen wir den Adjusted Funds Operations und dann sieht man hier den fairen Wert. Jetzt hole ich mal noch ein bisschen rein und dann sieht man, dass die Aktie jetzt tatsächlich, wie es so oft an der Börse, Phasen durchgemacht hat, wo der Kurs stark überbewertet war. Der faire Wert hier ist die gestrichelte Linie. Wir hatten hier eine starke Überwertung, hier nochmal eine starke Überwertung gehabt, die dann abrupt beendet wurde durch Corona. Dann ist die Aktie in die Unterbewertung gefallen sozusagen. Dann haben wir wieder eine Erholung gehabt, nah am fairen Wert und dann jetzt ab Mitte 2022 dann nochmal fallende Aktienkurse. Mittlerweile sind wir eben hier angelangt und jetzt würde ich jetzt nicht unbedingt, man sieht, was für ein hohes theoretisches Renditepotential die Aktie hat bei einem fairen Wert von knapp 75 US-Dollar gegenüber einem Aktienkurs von 54 US-Dollar. Da darf man natürlich nicht davon ausgehen, wenn man die Aktie kauft, dass dieser faire Wert sofort wieder erreicht wird. Aber man kann ja hier auch ein bisschen tiefer stapeln und dann mal schauen, was für eine jährliche Rendite man erzielen könnte oder würde, wenn sich der Aktienkurs einfach nur auf hier beispielsweise 63 US-Dollar erholen würde, hätte man eine jährliche Rendite bis ins Jahr Ende 2026 von gut 10%, wovon auch wiederum gut die Hälfte an Dividenden wären. Brutorendite wohlgemerkt. Das wäre also schon mehr, als der breite Aktienmarkt hergibt mit einem Geschäftsmodell, das sehr solide und meines Erachtens auch konjunkturresistent ist, weil die Mieter qualitativ hochwertige Mieter sind. Das wäre die Aktie Nummer 1 gewesen, Realty Income und dann kommen wir dann auch schon gleich zur Aktie Nummer 2 und da habe ich mir überlegt, dann nehmen wir mal LVMH. LVMH ist wahrscheinlich auch den meisten ein Begriff. Die sind jetzt, glaube ich, die Aktie mit der zweitgrößten Marktkapitalisierung nur noch. Novo Nordisk hat sie vom Thron gestoßen. LVMH ist ebenfalls eine Aktie, obwohl es eine Luxusaktie ist, die relativ konjunkturresistent ist. Also an dem Luxus von LVMH wird wenig gespart. Man sieht hier, dass während der Corona-Krise während der Lockdowns LVMH mehr gelitten hat als Realty Income, weil ja auch mehr vertrieben wird über direkte Geschäfte und da ist es dann sofort durchgeschlagen, während die Mieter, die auch bei Realty Income von Lockdowns betroffen waren, ja trotzdem noch Miete gezahlt haben. Insofern an der Stelle etwas konjunkturanfälliger. Man sieht aber allgemein, dass LVMH, während Realty Income ein wirklicher Slowgrower ist, LVMH dynamisch wächst. Man sieht es hier alleine schon grafisch, aber natürlich auch anhand der Kennzahlen. Wir können die auch mal anhand der Kennzahlen gegenüberstellen. Nehmen wir noch Realty Income rein und dann sieht man hier die beiden da oben. Hier haben wir noch einen dritten Read, der heißt auch Realty Income, deshalb ist er hier ebenfalls drin. Wir können den aber rausschmeißen, wenn wir hier nach der Isen suchen, dann irritiert er nicht länger. So sieht es dann aus. Wenn man jetzt hier die Kennzahlen mal vergleicht, Marktkapitalisierung 370 Milliarden bei LVMH und beide übrigens haben die Dividenden seit 28 Jahren nicht gesenkt und hier sieht man dann zum Beispiel das Dividendenwachstum bei LVMH liegt bei 16-17% im jährlichen Mittel, langfristig sogar, zu Realty Income bei ungefähr 3% und das Gewinnwachstum sieht man hier in ähnlichen Größenordnungen, was den Unterschied angeht. LVMH, gehen wir mal zur Dividende, hier im Dividendenalarm. Die Dividende momentan, das ist Realty Income, erstmal auf LVMH gehen, hier ist es wieder, bei 1,6% mehr als es in der jüngeren Vergangenheit gegeben hat, also die Dividendenrendite lediglich bei 1% gelegen ist und Grund für den Kursrückgang, den wir hier sehen, sind enttäuschende Halbjahreszahlen gewesen. LVMH berichtet halbjährlich und zwar die Umsätze, also insgesamt haben wir einen Wachstum, aber die Benchmark ist gewesen, die Marktschätzung und darüber lagen die Umsätze zwar über den Erwartungen der Analysten, aber leider auch die Cost of Goods beziehungsweise ja die Kosten für die zu produzierenden Waren, unter anderem auch wegen der Inflation und das hat dazu geführt, dass der Gewinn enttäuscht hat etwas und der Aktienkurs hat nachgegeben, 20% hat die Aktie verloren, seit Bekanntgabe der Zahlen, irgendwann im Juli und das könnte jetzt eine gute Einstiegsgelegenheit mal sein, an die Aktie zu kommen, kann man auch sich mal den fairen Wert anschauen. Wir haben hier mal eine große Abweichung vom fairen Wert, ansonsten passt es relativ gut, das war dann auch, das ging dann auch mit Corona zusammen, hier ist die Aktie runtergekommen, bei Corona hat es aber sehr schnell wieder erholt, weil man dann auch an die Qualität der Aktie offensichtlich des Geschäftsmodells geglaubt hat, auch völlig zu Recht, hier waren wir dann wieder beim fairen Wert angelangt, dann ist die Aktie wieder etwas davon gelaufen, beziehungsweise der Aktienkurs bis auf 900 Euro und momentan gibt es die Aktie für unter 750 Euro, der faire Wert aufs laufende Geschäftsjahr zu 72 und basierend auf den letzten Zahlen, die veröffentlicht wurden, bei 748, also im Prinzip genau da, wo der Aktienkurs momentan steht und interessant dann auch, wenn wir noch ein bisschen näher reinzoomen, was für ein Renditepotential wir von LVMH erwarten können, wenn wir einfach nur sklavisch uns am fairen Wert orientieren, dann würden wir hier bis zum Ende 2025 bei einer Renditeerwartung von 11,4% liegen, mehr als der Markt allgemein hergibt und dann hätten wir einen fairen Wert von 915 Euro, das ist also ein Aktienkurs, den wir schon fast erreicht hatten im Frühjahr diesen Jahres, man kann natürlich auch, wie bei LVMH, etwas tiefer stapeln und nach unten gehen, zum Beispiel auf 870 oder sogar nur auf 830 Euro und dann mal schauen, was dann für eine Rendite rauskäme, da hätte man beispielsweise bei LVMH eine marktübliche Rendite mit hier in dem Fall bei 7,1% und auch hier analog zu Realty Income mit einem sehr soliden und wie ich finde auch relativ konjunkturresistenten Geschäftsmodell. Gehen wir dann zur Aktie Nummer 3 und die blende ich hier auch noch ein, zur Abwechslung mal jetzt was Deutsches, nämlich Bechtle, das Systemhaus mit Schwerpunkt Dachregion. Bechtle ist ja aktiv hier zum einen als Versandhaus für Hardware und Software, das wäre dann das Blaue hier oben zum einen und zum anderen dann sind sie aber auch ein IT-Dienstleister im Sinne von Beratung, Consulting bis hin zum kompletten Outsourcing, dass sie für den Mittelstand, der der stärkste Kunde ist von Bechtle, quasi die komplette IT übernehmen. Und es ist ja so, dass die IT immer komplexer wird und viele kleine Unternehmen damit dann auch überfordert sind, auch im größeren Mittelstand. Und es ist ein weites Geschäftsfeld für Bechtle, die die meisten Umsätze in der Dachregion machen, sieht man hier nochmal, grün ist Deutschland und Schweiz international, da wird auch Österreich drin sein. Man ist auch in Frankreich mittlerweile aktiv und in den Niederlanden, allerdings ist der Schwerpunkt nach wie vor in den deutschsprachigen Ländern mit Deutschland. Auch Bechtle überzeugt, wenn wir uns hier mal die Charts einfach nur anschauen, ohne tiefer in die Kennzahlen zu gehen, mit dynamisch steigenden Gewinnen und schön steigenden Dividenden, die soweit, wie man es hier erkennen kann, auch sicher sind, einmal anhand des Geschäftsmodells und einmal anhand der Ausstellungsquoten, die relativ niedrig sind. Wenn wir uns die Ausstellungsquote mal anschauen, dann sieht man hier eine Ausstellungsquote von um die 30 Prozent, sowohl auf den freien Cashflow als auch den bilanzierten Gewinn, wobei man hier mal noch sagen kann, dass der freie Cashflow bei Bechtle von starken Auf- und Abbegleitet ist. Ich gehe davon aus, das hängt in erster Linie mit dem Aufbau von Lagerbeständen zusammen. Wenn Lager aufgebaut wird, dann wird viel Geld ausgegeben, dann geht der Cashflow nach unten und wenn dann das Lager wieder abgebaut wird, geht der Cashflow wieder hoch. Aber in Summe sehen wir auch gerade jetzt, auch die Ausstellungsquote auf den freien Cashflow sehr niedrig und das stimmt soweit alles. Wachstum teilweise auch durch Zukäufe hier, deshalb der Goodwill, aber alles im grünen Bereich und wie man hier auch an der Entwicklung des Goodwill sieht, gehört es einfach zum organischen Wachstum unterstützend dazu, dass man auch durch Zukäufe wächst. Gucken wir uns die Dividende an, hier im Dividendenalarm, da gibt es momentan eineinhalb Prozent, das ist also am wenigsten von den drei hier besprochenen Aktien noch etwas weniger als bei Realty Income. Allerdings kann man auch hier sehen, dass es für Kurse noch deutlich weniger gab, nämlich gerade mal die Hälfte unter 0,65 Prozent und jetzt legt die Dividendenrendite wieder zu, war vor Kurse mal bei 1,8, weil eben hier die Aktie etwas runtergekommen ist. Spitze war die Aktie, um die hat sie fast 70 Euro gekostet. Momentan kostet die Aktie 44 Euro, gab es auch schon mal vor Kurse noch für 33 Euro. Schauen wir mal, was der faire Wert dazu sagt und wenn wir uns das jetzt im Detail angucken, dann sehen wir auch hier wieder eine krasse Überbewertung, die länger gedauert hat von Jahr 2019, Frühjahr 2019, kulminiert dann quasi Ende 2021 und dann die große Korrektur und basierend auf den letzten vier Quartalen haben wir einen fairen Wert von 44,5 Euro und das ist genau der aktuelle Aktienkurs und jetzt haben können wir quasi die Bechtler Aktie zum fairen Wert sich ins Depot holen und dann hätten wir hier eine Renditeerwartung von 10,8 Prozent. Das ist ungefähr auch das, was ich korrigiert hatte, nach unten bei Realty Income und auch hier ein sehr solides Geschäftsmodell. Das meiste sind Kursgewinne, dann gibt es auch noch ein bisschen Dividende dazu und das wäre die Aktiennummer drei. Drei Aktien, drei Qualitätsaktien, wie ich meine, im Schnelldurchgang, wenn du noch mehr unterbewertete bzw. kaufenswerte Qualitätsaktien suchst, da wirst du natürlich im Aktienfinder fündig oder wir haben auch hier speziell kaufenswerte Aktien hier drinnen. Da kannst du dann anhand der, da haben wir eine Liste erstellt, die anhand der Kauflimit unserer Mitglieder die kaufenswerten Aktien wiedergibt inklusive, hier steht, zu welchem Preis die Mitglieder bereit wären im Durchschnitt zuzuschlagen. Das wäre dann hier das Kauflimit und dann sieht man hier die Differenz zwischen Kauflimit und aktuellem Kurs, so ist es auch sortiert. Hier werden beispielsweise unter anderem auch Realty Income ganz oben, dann auch Diageo, British American Tobacco und andere Qualitätsaktien, die du dann auch im Aktienfinder analysieren kannst. Dann hoffe ich mal, das war eine, zwei oder vielleicht sogar drei Aktien für dich dabei, wo du jetzt auch noch ein bisschen tiefer nachgraben kannst. Wenn du spezielle Fragen hast, dann hinterlasse einen Kommentar. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschau!